So Leute, grüßt euch und willkommen in diesem Part. Erstmal hier, einfach vollständig, genau. Wir kommen in zweitem Part zu DC Universe. Also normalerweise stellt das Spiel ganz anders, aber ich hatte glücklicherweise die Möglichkeit, den Stand von meinem anderen Charakter auch einfach direkt schon hiermit hin zu übernehmen. In meinen Super Practice L Charakter. Für mein Let's Play. Was ich sehr cool finde. Was ich jetzt noch nicht verstehe, ist irgendwie... Wieso... Wieso ich irgendwie... Wieso kann ich das nicht nutzen, das verstehe ich nicht. Ach so. Du brauchst mir nicht viel Wiederholungsmarken. Um diesen... Ach so. Ich muss die freischalten, die Teile da. Haben, tu ich sie schon? Aber... Ich kann sie noch nicht nutzen. Jetzt verstehe ich. Aber ich kann das ja damit freispielen. Das heißt... Ja, äh... Wie warum? Wollen wir mal ein bisschen Mission jetzt machen und gucken wir mal, ne? Wie die Futter zugewerden. Dann werden wir das mal eben fix freischalten, ne? Dass wir auch hier die Superman Kleidung haben. Ja! Okay, let's go. Oh, scheiße. Sieht gerade noch ein Problem, Schatz. Äh, Leute. Ah, ha, ha. Die Schuhe sind in der falschen Farbe. Ah, ha, ha. Äh, äh, Füße. Ja, und das bleibt sogar so. Genau. Zack, die will der Mama ist krumm. Richtig so. So. Let's go. Ihr seht wie mega mäßig. So. Schließe einen Omnibus. Schnellspielbussersatz durch nach Rappen. Okay, machen wir. Wir gehen mal ein paar Wiederholungen eben dazu, ne? Ach, Quatsch. Das geht ja nicht hier. Das geht über Y. Genau, ne? Leute, gehen wir in das Dienstmenü hier. Großeinsatz. Okay, das wollen wir mal machen, ne? Oh, sind sie hier schon. Oh, krass. Let's go. Are you ready? So, jetzt warten wir doch eben ab. Wenn es losgeht, dann ready. Das ist krass, ey. Durch das Grafikkarten-Azid hat sich irgendwie was ganz stark geändert. Irgendwie. Obwohl ich eigentlich let's playe. Wenn ich rein gar keinen Abfall mehr. Kein Lassungsabfall mehr. In der FPS und sonst wie was. Das ist ja Wahnsinn. Ja, oder nein geht's? Lass mich doch mal kämpfen, Leute. Aber ich muss, wie gesagt, halt die Teile, die Sachen eben kurz freischalten. Ich muss da vier dieser Wiederholungsmarken erspielen. Und dann kann ich die Sachen freischalten. Aber ich glaube, ich muss mehrmals das erspielen. Aber okay. Aber immerhin habe ich schon direkt Level 30 sofort. Oh, wer ist das denn? WSD, FSD. Und das hier? Fähne mir geil. Habe ich noch gar nicht gemacht. Gucken wir mal, was wir hier haben. Oh, und wey. Oh. Oh. Aber boah. Hä? Aber ich muss eine übelste Stärke haben. Eigentlich ist es doch hier durch. Wie kann denn das über... Ach so. Das ist aber schon irgendwie krass. Ja. Moment, wie viel Geld habe ich? Okay, Cash habe ich gar nicht. Aber ich kann die Sachen ja einfach verkaufen. Ich glaube, es könnte sein, dass ich für die dann auch richtig der Cash kriege. Also gucken wir uns mal das mal eben an. Everybody. I can see. Everybody. For the... Tatsächlich. Yay. Bigamassive. Idiot, wie willst du dich jetzt oder nicht? Guck mal, Leute. Du kannst jetzt hässlich richtig Superman spielen. Seht ihr das? Hammer, wa? Yeah. Werden wir auch bald. Nice. Noch ein Superman? Ja, doch nicht ganz. Aber fast. Aber wieso ist das bei dem da richtig Geld? Bei mir nicht. Was ist hier für eine Scheiße eigentlich los? Das verstehe ich nicht. Aber wirklich, bei mir ist das irgendwie... Na ja, eigentlich schon auch richtig Geld. So. Irgendwie klappt es gerade geil, dass ich irgendwie in ein Spiel reinkomme. schließe einen Omni-Groß-Schnellspiel-Groß-Ansatz-Durchlauf ab. Habe ich ja vor. Jetzt muss ich erstmal halt warten, ne? Ah! Achso. Oh, 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 oh. So, also irgendwie kommt es noch zu nichts. Dann machen wir mal, ich würde sagen, ich mache einfach was benutzerdefiniertes. Jetzt machen wir einfach mal das hier. Zack. Jetzt wissen wir überhaupt, was abgeht. Und jetzt machen wir einfach wahrscheinlich so durch diese Marken sammeln. Match-Suche. Großeinsätze. Ich will ja, aber es geht gerade nicht. Jetzt, jetzt gibt es den Kampf, Leute. Jetzt geht es los. Ja, so. Bin ich mal gespannt. Ach ja, hier, da ist es. Ich erinnere mich. So, ich hau uns alle den Arsch runter und wurde das noch verstanden. Ihr seid doch behämmert, wenn ihr die Energieverschnauze preisen. Ich zeige, was muss da gehen. Ich hoffe, ich hoffe, ich werde das noch verstanden. So. Geseh, was hat das bei euch? Ey, da war. Also so langsam ist es aber auch mal endgültig. Du hältst dich jetzt auch da raus. Ich hoffe, 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 ich hoffe. Oh. Noch mehr. Oh. Ich hoffe, 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 ich habe das schon. Das gibt es doch gar nicht, Mensch. Und letzte, äh, letzte noch mal. So. Hände hoch und fassen runter! Kipp dir gleich viel, ja? 3-3-4-Penners, wenn ich so... Hä? Wie kann das sein, dass ich so ein bisschen klein haufe? Verstehe ich irgendwie nicht. Ah, hey! Das gibt's doch wohl nicht! Ey! Das ist doch eine cool, das gibt's doch nicht! Alter! Das kann ich mir nicht sein! Das verstehen kann, wie das sein kann, dass ich so schwach bin! Und was stimmt hier nicht? Und das? Das ist nicht zu fassen, ey! Das kann doch gar nicht sein, jetzt! Oh ja, da hat sich da wirklich nochmal diese Rüstung da... Oh ja... Moment mal, ich hab das doch wohl nicht... Nö? Ich fänge mehr... Ich fänge mehr... So... 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 Hier komm' ich! Alter, ey diese Scheiß-Pu! Ja? Kann man nur so mies sein!? Alter, Miststück. Die kämpft sowas von unfair, das gibt es einfach nicht. Ich weiß es gerade nicht, ganz ehrlich, Leute. Ohne Scheiß mal jetzt. Hör mit dem Scheiß auf, blöde Kuh. Meine Fresse, ey. Alter, das ist scheiß mir, weil er kam. So, meine Fresse, ey. Oh, das war's. Ende im Gelände. Mit der Spende, das kann nicht wahr sein. Jetzt fahre ich mir natürlich gerade, habe ich denn dadurch jetzt ein Ding bekommen oder? Keine Ahnung. Wiederholungsmarke. Zack. Toll. 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 Toll.